Der Erfolg deutscher Unternehmen basiert häufig auf der hohen Produktqualität. Doch das Vertrauen der Verbraucher kann leicht erschüttert werden, wenn es durch schadhafte Komponenten zu Qualitäts- und Sicherheitsproblemen kommt. Diese Gefahr besteht, da der Herstellungsprozess heutzutage oft komplex und länderübergreifend ist. Internationale Wertschöpfungsketten, verschiedenste Materialbestandteile und unterschiedliche Zulieferer. All diese Komponenten müssen im Rahmen des Produktionsprozesses kontrolliert werden. Das ist wichtig, denn Unternehmen aus allen Branchen müssen eine Vielzahl von Fragen zur Qualität und Sicherung ihrer Produkte beantworten können. Diese Fragen kommen von Endverbrauchern sowie von Prüfbehörden, die regelmäßig Nachweise über die Einhaltung geltender Vorschriften verlangen. Die gute Nachricht, die Daten zur Beantwortung der Fragen liegen in der Regel vor. Allerdings befinden sie sich häufig in ganz unterschiedlichen Systemen, zum Beispiel in Datenbanken, Excel-Listen oder Dokumenten in File-Shares. Hinzu kommt, die Daten stecken meist in verschiedenen Silos und sind nicht miteinander vernetzt. Die Produktdaten sind allein für die Produktion einsehbar. Die Richtlinien für Grenzwerte von Inhaltsstoffen liegen im File-System der Qualitätssicherung und die Daten der Zulieferer stehen in einem ERP-System wie beispielsweise SAP. Die Folge, es entsteht ein hoher Kosten- und Arbeitsaufwand, um die vielfältigen Fragestellungen beantworten zu können. Die Lösung für dieses Problem sind semantische Graph-Datenbanken wie Trace4, entwickelt von dem deutschen Technologieunternehmen Intelligent Views. Die semantische Graph-Datenbank verknüpft alle Informationen, die für die Planung und transparente Verwaltung eines Produktes nötig sind. Von der chemischen Substanz über detaillierte Prüfberichte bis hin zu länderspezifischen Gesetzesvorgaben. In der Trace4-Datenbank sind alle Informationen auf einen Blick sichtbar. Freigaben für einzelne Materialien lassen sich im Datenmodell kontrollieren. Ebenso wie die Durchführung verschiedener Prüf-Szenarien für einzelne Chargen. So wird für jedes Produkt dokumentiert, welche Prüfungen erfolgt sind und ob alle notwendigen Grenzwerte für die Sicherheit des Produktes eingehalten wurden. Der entscheidende Vorteil von Trace4, die relevanten Daten werden intelligent zusammengeführt. So wird die lückenlose Rückverfolgbarkeit aller Produktkomponenten und Produktionsschritte gewährleistet. Der Datenimport ist so flexibel konfigurierbar, dass er mit allen Produktdatenformaten der Unternehmen zurechtkommt. Intelligente Technologien wie Trace4 konzentrieren sich auf die Vernetzung von Informationen. Damit liefern sie die ideale Grundlage für eine einfache und transparente Kommunikation mit Verbrauchern, der Öffentlichkeit, Zulieferern und Behörden. Außerdem reduziert die Verfügbarkeit aller Informationen die Kosten im Unternehmen, erleichtert das Qualitätsmanagement und steigert letztlich die Produktionssicherheit. Produziert das Qualitätsmanagement und Spezia4 konzentrieren undhstrasen. Sie haben auch eine pure Inhalte, um die Verbrauchern und Planung bestätigtee. Das Qualitätsmanagement und Aussage vergeben. Alle Bilder und bis zum nächsten Mal. Entschuldigung, Kunden und Bezug auf die Vielfältigen Navas. Untertitelung des Zulieferern und Verbrauchern und Verbrauchern und Verbrauchern und Verbrauchern. Untertitelung des ZDF, 2020